Geist auf, nachdem Claptrap versucht hatte sich zu integrieren. Soll ich benutzen? Hörst du doch? Was? Besorge einfach ne neue Sicherung für den Aufzug. Und ignorier was er wegen dem Schleimkasten gesagt hat. Wir müssen da hinten hin. Warte, wo ist denn der scheiß Schleimkasten gewesen? Da hinten? Ja, dem konnte es aber irgendwie ausschießen. Leiser. Ja, der ist hinten beim Klo. Na, so wirklich gut ist die Waffe auch nicht. War ich nicht. Ich guck mal gar nicht so dran. Hm? Feil doch. Feil doch. Mhm. Ich glaub da von oben kam ja auch noch ein runter. Mein dämlicher Hogi. Naja, komm jetzt paar mehr. Mhm. Alter. Ja. Das Ding ist aus. Ja, ich weiß. Und die Pulli noch. Komm. Mal wieder. Feil. 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 Oh. Was ist los bei dir? Kriegst du noch einen Tod? Nee. Wirklich retten. Danke. Ich bin voll angeschaffen. Und bin durch. Hey, wo bist du denn jetzt? Ich steh. YOLO. Ich bin hinten gelandet. Oh. oh man die große der haltung mit denen ja 10 dollar ist klar ist ja gut ist ja gut hier hast du mein schild durchbrochen oh gegen was kämpfst du denn gegen Bulli Morg hast du einer ist tot ja zwei sind hinten schon tot da kommt noch einer das Problem ist immer mit dem nachladen oh ja ist ja nachher noch schlimmer wie gesagt ich hab das ja auch schon da kommt noch mehr nach da oben sind sie zwei wo sind die power Hau ab! Schlägt? Du hast nicht ernsthaft das Ding geboxt? Nicht ernsthaft, oder? Ich war in der Nähe und hab drauf müssen, deswegen hab ich gebrannt. Brauchst ne neue Waffe? Ich hab eine, die Feuer macht. Ja. Aber ganz wenig Schaden, eine normale Pistole. Nö. Verbraucht zwei Schuss. Nicht wirklich. Vorher zu schnell wie ich abdrücke, alles klar. Ist wieder ne Knarre für mich. Okay. Ja ist ja gut. Aber hier hinten war auch noch was, ne? Hier hinten ging es weiter. Anstatt alles mitzunehmen. Ach. Nicht ach. Müll damit. Oder verkauf mir direkt. Warte mal. Warte mal, kann man nicht... Yolo. So. So und doch, dies besser. Cool. Zack. Besser als meine andere. Wie kann man denn nach oben noch mal, oder? So. Zwei bis die kann nicht schnell hin. So. Die hab ich auch geleert. Ja? Gut. Wir können ja nach oben jetzt. Ja, da oben ist noch ne Kiste drauf, aber egal. Da oben sind nur Waffe... Ach, Munition noch ne? Wie bist du? Noob down, noob down. Ach ja. Hast du gemacht? Ich kann so schnell schießen, wie ich abdrücke. Waffe. Das hab ich gemacht. Haha, ich war ohne dich. Hahaha. Bist du ein Affe? Komm. Komm. Ich bin noch da. Guten Tag. Guten Tag. Sehen ins Kopf. Blech da. Hopp. Verfiss ich. Geh weg. Geh weg. Geh du weg. Hau ab da. Hau ab. Ich bin fett. Tschüss. Geh weg da. Bah, verfiss dich ey. Uahahaha. Ah, wie schlecht. Ich kaufe... Oh doch. Was kostet denn? Ah, Ladezeit ist mir zu lang. Zu lange. Ah, kann ich verkaufen, kann ich verkaufen. Was mach ich jetzt mit der hier? Ach, die behalte ich nochmal. Ähm. Ach ja. Komm mal die für 120. Ladegeschwindigkeit und Ladeverzögerung. Es geht hoch. Gut. Kehren jetzt nach Lyersburg zurück. Dann sehen wir, wie wir dich von diesem riesigen Gletscher herunterpinnen. Boah. Siehst du kacke aus. Du siehst kacke aus. Ich hab schon mal gesagt. Sieht geil aus. Oh. Was war? Der nimmt natürlich gleich wieder alles. Ah, das war nur ne willige Waffe. 20 Schaden. Ich hab wieder was zu verkaufen. Nicht nur... Äh... Ciao. Du sollst nicht immer abhauen. Ich will nicht mit dir. Da ist nix mehr. Ich weiß auch nicht warum. Nööööö. Die Kisten waren schon offen. Ja? Waren sie? Als ich rausgegangen bin, waren die Kisten schon offen. Komische. Warte mal. War noch irgendwas anderes? Was denn? Ach hier, um die Ecke. Oder? Hier unten. Dann spring da mal hoch. Ich hab keinen Bock, ich will nicht. Springen! So, ich glaube, die war hier unten drunter, ne? Ja. Na, haben wir... Ja, haben wir doch was Schönes. Ist so schlecht. Toll. Ja, ich bin zumindest unten. Alles meins. Du hast wieder gelootet. Schilder. Ah, Schilder. Aber alles schlecht. Genau wie sich vor... Feuer war. Ja... Ähm... Uninteressant. Ja, ist die schlechte... Ladegeschwindigkeit geht runter. Da, 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 da. Target... Ne, niedriger. Ladegeschwindigkeit geht hoch und alles andere geht runter. Schlecht. Was waren da eigentlich drin eben? Ne 20er Waffe. Also 20 Schaden hat die nur gemacht. Aber mit... Aber mit... Ach, die Maus, ne? Äh... Magazin 15 Scheißdorf. Geh' weg... Denkomm. Dlädtelädteläd die... Da hatten wir noch eine. Nee, ja. Ich war das nicht. Was denn? Ich hab' die nicht angelockt. Ja, das wird auch nicht, ne? Du musst auch nicht, nein. Sowas würdest du niemals machen. Oh. Kommt so ein kleiner Scheißer die Dachten ja dann. Psycho. Psycho! Schade ging nicht. Findest du? Hast du auch Schaden bekommen? Ganz wenig. Warte mal, das ist wieder so ein Fragezeichen. Wo? Ich hatte ja mal was fallen gelassen. Das habe ich ja nicht mehr bekommen. Ja. Wir haben den Zug, der durch der Dust fährt, geheijackt. Wenn alles gut geht, sollten wir Sanctuary innerhalb eines Tages erreichen. Das war für eine Quest. Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich wüsste Zugang, was aus ihr geworden ist. Wenn du den Rest dieser Audiologs findest, kaufen sie dir gerne ab. Jawoll, das Schütz! Möchtest du gegen einen Zwerg kämpfen, der auf einem Bullimon reitet? Ja. Begib dich bitte zum Southern Shell und besiege mit Schmocken. Anpassung bereits freigeschaltet. Ich habe nicht den Wunsch weiter mit dir zu sprechen. Klar, sie machen die Time. Bisschen wir's verkaufen gleich. Das können wir gleich machen. Token. So. Ich habe noch. Ich kann das. Auffüllen, auffüllen. Anpassung. Ja, warte. Ich weiß, dass da auch noch was drin ist. Ach ja. Das machen wir. Ja. Ich weiß, dass die Dinge hier rumliegen, aber wo, weiß ich gar nicht mehr genau. Du noch? Nee. Aber ich wollte mir meine Nase putzen. Denitiv. Ja. Man poste ich eigentlich nur muten eigentlich. Nee, wenn ich fraps nicht abbreche, dann geht das bei fraps auch ab. Mach du ruhig noch Kacke und sammle noch ein bisschen oder so. Ja. Fort wieder da. Ja, du mich ja noch. So. Mh. he 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 find das nächste auto lock auf dahinten sind die alle hier oder was ja hier gibt's die alle wenn wir rumliegen aber wo weiß keiner wieder ne ich glaube ich hab gerade ne ahnung wo das war war jungen drauf ich weiß nicht aber keins das nächste man kann ja direkt auf die questen machen ja warum aktivierte das jetzt nicht auf der karte du kannst du ändern warum vielleicht auch zugange warst und dazwischen lalala lalala das ist hier irgendwo da oben drauf so drinnen Ich weiß nicht mal, wie ich sie anreden soll. Sie erzählen mir, warum sie so aussehen, als wären sie in einem Bandschleifer gelaufen und ich lasse euch alle gehen. Mein Mann hat mir einen Skagperlenring geschenkt. Die Perle hat Hunger verursachende Pheromone freigesetzt.